Herzlich Willkommen zu Folge 10 von Summoners in All Chat. Und ich glaube, ich nehme die erste Info vorweg, es wird die letzte Folge dieser Staffel sein. Das heißt, einmal in eurem Inneren bitte den Trommelwirbel rausholen. Und auch diese wunderbare 10. Folge mache ich natürlich nicht alleine. Und da wir uns jetzt sehr ausführlich mit allen möglichen Themen rund um den League of Legends E-Sport und League of Legends an sich beschäftigt haben, habe ich mir gedacht, unsere Community kann ein bisschen mehr und auch wir können ein bisschen mehr. Und deswegen reden wir heute über den kleinen Bruder, die kleine Schwester von League of Legends, nämlich über TFT. Und ich habe mir den TFT-Experten schlechthin eingeladen, der auch regelmäßig für uns arbeitet. Bei mir ist heute Kingsplay. Hi! Ein herzliches Hallo und einen wunderschönen, sehr, sehr lieb, du sagst schon TFT-Experte, ich stelle mich immer ganz kurz vor, Kingsplay, ihr wird auch mein Name, sagt man ja meistens so zu mir. Man kennt es schon, einige werden wahrscheinlich wundern, ja, den kenne ich. Ja, auch natürlich von League of Legends, aber ich muss schon sagen, ich muss gesagt, so das kleine Geschwisterchen von League of Legends hat es mir etwas angetan. Ich war ja immer so der Cast-Papa und da gibt es ein neues Baby tatsächlich in meinem Leben. Und TFT, ja, kann man sagen, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, ein neues Baby. Okay, wir kreieren mal kurz eine Situation. Und zwar stellen wir uns ganz kurz vor, dass ich absolut gar keine Ahnung habe, was TFT ist. Also ich weiß, es steht für Teamfight Tactics und dann kreieren wir diese Situation und stellen uns vor, aber ich wüsste nichts weiter. Ich hätte noch nie ein Set gespielt, ich hätte noch nie dieses Game installiert oder sonst irgendwas. Kannst du TFT erklären oder kannst du es probieren? Sehr gerne sogar. Ich könnte fast sogar in einem Satz runterbrechen, dass man so ganz eine grobe Vorstellung hat. Und zwar wäre das, also überspitzt in Anführungszeichen gesetzt, ein mobiles Schachspiel. Da denkt man sich erstmal, wie Watt, wie Bauer fährt. Und das nicht, ich meine, das Brettspiel natürlich an sich, dass man verschiedene Einheiten hat. Die eine kann das, die eine kann so weit springen. So den Unterschied von Schachfiguren. Und da gibt es natürlich auch einige, die stärker sind als die anderen. Wir haben die Bauern, Stufe 1, die fliegen mal eben draußen, die opfert man gerne. Dann gibt es aber noch die Dame, den König, den man nicht verlieren will, der ganz, ganz wichtig ist. Und so gibt es in TFT auch genau diese Einheiten, die richtig stark sind, die richtig was auf dem Kasten haben und die man beschützen sollte. Das ist so ganz simpel runtergebrochen. Und natürlich beim Schach kann man immer nur eine Einheit setzen und schieben. Bei TFT darf man mehr oder weniger alle, die man gleichzeitig hat, hin und her schieben. Aber das sollte man noch nicht zu oft tun, bevor man sich verbaut. Okay, das ist wild. Woran ich tatsächlich denke bei TFT ist tatsächlich, dass das Ganze rundenbasiert ist. Das heißt, man fängt irgendwie mit einer oder zwei Einheiten an und dann geht man Runde für Runde hoch. Teilweise erst gegen die Wölfe, die man aus der Kluft auch kennt. Und dann gegen, wie viele Gegner? Hilfe auf die Sprünge? Gegen einige. Also es gibt immer drei Runden, wo man gegen die echten Menschen, sag ich jetzt mal, kämpft. Und dann geht man auch ins Karussell rein, so heißt es so schön. Stimmt. Dass man wirklich alle acht Spieler, ich sag jetzt mal so, man hat 100 Leben. Wenn man jetzt verliert gegen den anderen, verliert man auch Lebenspunkte immer so Stück für Stück. Man hilft denen, die am meisten Punkte verloren haben, die sind zuerst dran. Es dürfen immer zwei in dieses Karussell. Weil da hat dann einer dieser Figuren oder Champions natürlich auch einen Gegenstand. Die kommen hier auch noch mit ins Spiel, die es beim Schach ja nicht gibt. Um stärker zu sein, um Sinn zu ergeben. Die dürfen sich das dann auswählen. Und die, die am meisten Leben haben, dürfen eben zuletzt dran. Weil die führen ja schon, sag ich jetzt mal salopp. Und dann gibt es wieder drei Runden, in denen man gegen Menschen kämpft. So blöd das jetzt auch klingen mag. Aber dann gibt es wieder, sag ich schon, die Wölfe, Kendo's League of Legends. Die Golems, ne? Was lassen sie fallen? Gold, Gegenstände auch, Champions. In Herald kann man sehen. Also, so, so viele Möglichkeiten. Wenn man League of Legends jemals irgendwie gespielt hat, wird man wirklich sehr, sehr viele kleine Fakten wiederfinden. Okay. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass ich, jetzt mal ganz kurz überlegen, vielleicht so vier Runden TFT in meinem Leben gespielt habe. Das ist nicht ganz so viel, tatsächlich. Mehr League of Legends, aber eigentlich bin ich in Valorant Main, aber das darf ich in dem Podcast eigentlich nicht offiziell sagen. Was ich nie verstanden habe. Also, das Spielfeld ist ja quasi aufgebaut. Du hast halt quasi diese verschiedenen Positionen, wo du deine Einheiten platzieren kannst, immer in unterschiedlichem Abstand zum Gegner. Wofür ist das wichtig? Also, wieso kann ich nicht alle Einheiten quasi auf die Backline setzen, beziehungsweise nicht in die Frontline? Wofür ist das wichtig? Ich habe dieses, also es sieht aus wie so Bienenwaben, glaube ich. So kann man das ganz gut beschreiben. Wofür ist das wichtig, wo ich die hinsetze? Das ist ein riesengroßes Fragezeichen, was ich nie verstanden habe. Ja, ich hoffe, also jetzt schon mal hinsetzen, schon mal einen Tee nehmen. Das dauert jetzt. Okay, sehr gut. Das wird jetzt sehr intensiv. Ich versuche es aber wirklich auch einfacher so ein bisschen zu erklären. Du sagst schon richtig, diese Waben, man hat Hexfelder. Also so im Hexagon, sage ich mal, gestellt. Die sind immer so diese parallele Schach, Viereck hier, diese Hexfelder. Und es gibt natürlich Einheiten, die schützen sind, die eben über vier Felder hinweg schießen können. Mit den Waffen, dass sie nicht vorne stehen müssen, aber auch anfällig sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, du sagst richtig, relevant, ein Shooter, wenn ich jetzt hier den S-Wheel nehmen wir mal, kennen wir. Eine der ältesten Einheiten. Er schießt ja auch von Weitem und hat alles nur von Weitem, ist aber anfällig. Deswegen sollte man sich zügeln, den überhaupt irgendwie nur vorne heranzustellen. Denn vorne typisch in diese ersten Reihen stellt man die, ich werfe jetzt mal ein, Rennington. Kennen wir den Champion. Ewigkeiten dabei seit Anfang an. Den stellt man aktuell, also mit dem neuen Z8, auch dann in die Frontlin. Der schützt, der soll natürlich im Endeffekt, ja, Steinschere, Papierprinzip, ja, die Starken beschützen, die Schwachen. Die Schwachen hinten sollen aber Schaden machen. Wir wollen natürlich die Edicabys beschützen, was natürlich meistens sehr gut klappt. Nicht. Aber. Sola. Ich, da, ich, ich sag gar nichts. Das meint mir für uns. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, das ist so diese Aufstellung. Wichtig aber auch dabei, da kommen wir schon zum nächsten Feld, nicht, dass ich schon zuvor greife. Man kann nicht einfach irgendwie, ich nehme Rennington, mal hier in Asriel und ich gucke mal irgendwas. Das Wichtigste oder der Hauptpunkt tatsächlich in TFT ist ja eigentlich diese Traits, so nennt man so schön. Wenn man zum Beispiel, Rennington sind Bruiser, kennen wir ja, Bruiser sind Kämpfer. Wenn man zwei Bruiser hat, ich werfe mal ein Seilis noch im Raum. Kennen auch wir, wo wir wissen, Kingsie, ich weiß, was du meinst. Wenn zwei auf dem Feld sind, aktiviert sich ein Bonus, dass sie mehr Leben haben. Alles, was Bruiser heißt auf dem Feld, hat mehr Leben oder das gesamte Team kriegt mehr Leben. Also all die Einheiten haben irgendein Boni, die natürlich mit anderen zusammen was ergeben. Oder ich werfe jetzt mal Leona, Braum im Raum. Was haben die? Ein Schild, genau. Das sind Beschützer, die haben dann noch mehr Tankiness, die sie aufweisen, je mehr man reinstellt. Und wenn man natürlich, ich sag mal, sechs Bruiser hat, dann skalieren diese Werte, die haben nochmal viel mehr Leben. Geben den ganzen Teamen mehr Leben, sodass die vorne wieder Ewigkeiten stehen können und eigentlich niemanden durchlassen, sag ich mal salopp. Dass von hinten wieder mehr Schaden kommt. So ganz kurz runtergebrochen. Gibt natürlich immer Ausnahmen, dann gibt es Assassinen wie, jetzt mal Renga mit dem Set 7-5, was wir da hatten. Ich spreng das Ganze so ein bisschen, weil seine ultimative Fähigkeit ist, auch da gehen Grüße an die Edicaries raus, dass er sich das Opfer aussucht mit der wenigsten Rüstung. Und da kann er stehen, wo er will, sobald er die Ultimate aktiviert, ist jeder Edicary down. Okay, wenn ich das also jetzt mal richtig zusammenfasse. Hast du gerade gesagt, sie haben die Ultimate, das heißt, jetzt nehmen wir mal die eigentliche Spielbezeichnung Teamfight Tactics. Das heißt, im Grunde genommen basiert dieses Spiel darauf, quasi die Teamfights mit der Komposition, die du da stehen hast, quasi auszuführen. Und sie haben dieselben Fähigkeiten wie die League Champions, right? Jein. Jein. Oha. Also die Taktik ist wirklich, das Hirn muss man derart anstrengen, das ist Wahnsinn. Und diese Feinheiten entscheiden viel. Das Ding ist, die Sets kommen immer so, ich sag mal, rund alle drei Monate neu. Also nicht nur mal eben Pre-Season und dann geht's ein Jahr durch und LoL mit Erinnerungen. Kennt man. Alle drei Monate komplett neu mit Anpassung. Das heißt, wenn wir, Sejurani werfe ich im Raum, gibt es gefühlt seit Sets, hast du vielleicht versehentlicher auch schon gesehen in den vier Spielen. Vielleicht. Dass die Fähigkeiten rotieren, so kurios das klingt. Jetzt ist ein Rannigan zum Beispiel wieder im Set 8 mit dabei, der seine Q drin hat, also sein Schlitzen und sich heilen. Und mehr nicht, das ist seine ultimative Fähigkeit. Sejurani zum Beispiel hatte vorher ihren Flegel, den sie ausholpeitscht und dann war's das. Jetzt mit dem Set 8 ist Sejurani wieder dabei, aber ihre Ult ist, kann man jetzt sagen, wirklich wieder ihre Ult. Wirft wie so eine Bola und dann betäubt sie alle. Mhm, okay. Ja, jetzt puzzelt sich das so ein bisschen zusammen. Und jetzt hab ich tatsächlich nebenbei, wo du gerade das mit der Sejurani erklärt hast, gerade mal überlegt, welches Set ich damals gespielt habe. Und ich hab tatsächlich das Set gespielt, das zu den Zeiten rauskam, wo Arcane rauskam. Also die Serie, die Netflix-Serie. Wo es dann quasi darum ging, dass, wenn du mit Arcane-Charakteren gespielt hast, dass sie sich halt gegenseitig dann auch unterstützt haben, wenn ich das jetzt mal so runtergebrochen formulieren darf. Das Set hab ich tatsächlich gespielt. Okay. Das sind also die Grundlagen, ja. Wie ist das mit dem Rolling, glaube ich, heißt das richtig? Du hast ja quasi unten, du hast ja eine Auswahl, mit wem du anfangen willst. Wie ist das mit diesem Rolling? Weil du hast ja einen bestimmten Betrag an Münzen quasi, den du einsetzen kannst. Du hast diese bestimmten Karten, die sich ja irgendwie dann auch stacken. Richtig, genau. Also das ist zum einen, genau, Spielfeld, haken wir einmal ab. Damit es auch dazu kommt, gibt es Gold, was man pro Runde automatisch immer kriegt. Aber, das ist das Wichtigste, wenn man gewinnt, ich sag mal zwei Runden am Stück, vier Runden am Stück, da wird man so ein bisschen zum Banker. Man kriegt nämlich Zinsen im Endeffekt. Du kriegst für eine Winstreak oder auch Loose-Streak, also ja, auch wenn man verliert, kriegt man etwas mehr Gold. Also als Zinsen, dass man auch so gesehen, entweder den Sieg vollführen kann, weiter daraus profitiert oder im Fall eines Looses auch profitiert und wiederkommen kann. Es gibt auch teilweise Taktiken, die darauf basieren, du musst jetzt verlieren und dann bist du irgendwann stark. Und hier ist es auch so, mit diesem Gold, mit diesem Zinsen muss man vorsichtig sein, denn diese Champions haben auch Stufen. Stufe 1 Einheit, es ist real, wieder einer, Stufe 1 ist schwächer. Dann Stufe 2, 3 bis zu 5 geht es. 5 sind dann die legendären, die goldenen Einheiten, falls man das schon gesehen hat. Die sind natürlich mächtig, stark, selten. Ihre Ultimates sind ultra wichtig. Naja, logisch, das Prinzip natürlich im Endeffekt. Dafür braucht man das Gold, um die auch zu kriegen. Denn wichtig ist natürlich, nicht nur eine Einheit aufs Feld zu stellen, sondern die Einheiten leveln ja auch noch ab. Das muss man im Hinterkopf behalten. Wenn man unten in dieser Auswahl, man hat 5 Champions zur Auswahl, die man für 1, 2, 3, nur bis zu 5 Gold auswählen kann. Und wenn man davon eine hat, ist Fallen. Die zweite, auch schon gut, aber immer so paareweise. Wenn man 3 dann nämlich hat, geht diese Stufe 1 Einheit auf Level 2. Die Ult wird stärker, mehr Rüstung, mehr Schaden. Also alles wird einmal aufgelevelt. Und das geht bis zu Level 3. Und ja, wenn wir mathematisch richtig sind, man braucht dann zweimal Stufe 2. Also ganz übertrieben neunmal die gleiche Einheit, bis sie auf Stufe 3 kommt. Und ich glaube, da merkt man schon, das wird ein bisschen dauern. Denn man kriegt pro Runde unten 5 zufällige Champions neu aus dem Pool, sag ich jetzt mal. Dem Pool können natürlich auch die anderen angreifen. Das heißt, wenn 3 Champions, 3 Menschen natürlich die gleichen Champions wollen, sind sie aus diesem Champion Pool weg. Das heißt, man muss auch gucken, was kauft der Gegner da eigentlich. Wenn er das Gleiche macht wie man selber, dann muss man gucken, ob man nicht doch umstellt. Weil ansonsten grieft man sich weg, sagt man so schön, wenn man das Gleiche macht. Und natürlich nur einer oder gar keiner führt zum Sieg im Endeffekt. Deswegen, also jetzt gehen wir schon in die Taktik hinein, wo ich denke, wow, wow, jetzt muss ich das nur langsam machen. Weil wiederum das Gold auch, kann man einfach sagen, okay, für 2 Gold rolle ich diese Champions da unten. Ich habe 5 zu Ausfall. Komm, wir rollen nochmal 2 Gold, investiere ich. Ich kriege dann zufällig andere eben entsprechend angepasst. Und naja, da kommt so dieses Ding hinein, wo ich, ich denke, das haben wir vielleicht auch noch im Kasten, wo man sagt, ah, dieses Glücksspiel, TFT. Und wir müssen ja auch da mit diesem Vorurteil ein bisschen aufräumen, denn klar spielt das irgendwo ein bisschen mit. Aber mittlerweile ist TFT dabei wirklich sehr auf Taktik aus, sehr auf Können. Wann rolle ich? Brauche ich diesen Champ? Wenn ich zum Beispiel, wie ich erwähnt habe, diesen S-Real Stufe 1 unbedingt haben will, muss ich so früh es geht, das Gold investieren, was riskant ist, alles verbauen kann. Denn die letzte Komponente, die auch noch mit reinspielt, neben dem Gold, eben dieses Einheitenaufleveln und Gegenstände, man levelt selber. Man hat ja eine Figur, mit der man auf dem Brett umhergehen kann, sage ich jetzt mal, die aber nur zuschaut, man selber ist, die kriegt Erfahrungspunkte. Pro Runde gibt es 2 Erfahrungspunkte. Und man levelt immer so Stück für Stück auf, kann aber auch 2 Gold investieren, pardon, 4 Gold investieren, um auch 4 Erfahrungspunkte zu kriegen. Das heißt, wenn ich auch wiederum auflevel, darf ich eine Einheit mehr reinstellen. Wenn man Stufe 3 ist, braucht man 6 Erfahrungspunkte, um auf Level 4 zu kommen. Und dann geht es immer im Spray weiter, dann 20, 32, also es deckt sich so ein bisschen hoch. Und nur dann darf ich die nächste Einheit reinstellen. Das heißt, man muss aufpassen mit dem Gold, hole ich jetzt die Einheit oder warte ich? Level ich auf? Weil der Level, also das Aufleveln bedeutet, dass ich auch die nächstbesten Einheiten kriege. Im Spiel wird angezeigt, wie viel die Prozent sind, die ich jetzt Stufe 1 Einheiten kriege. Anfangs knapp 40 Prozent. Aber Mensch, ab Stufe 5 senkt sich das, weil man dann eher die besseren Einheiten kriegt. Und man verbaut sich selber die Chance, diese leichten Einheiten zu kriegen. Und ich glaube, jetzt mache ich kurz eine Pause, weil das ist schon, jetzt wird es richtig mit TFT interessant. Okay, ich wollte nämlich jetzt auch quasi einmal meine Theorien zu TFT aufstellen. Ich habe TFT damals installiert, weil ich dachte, okay, Leak ist dir, ja, ich mache mich damit unbeliebt, ist mir einfach manchmal zu kompliziert und zu viel und zu, ja, manchmal auch zu schnell und zu unsichtbar. Und dachte mir, hey, TFT könnte eine entspanntere Variante sein. Und wenn ich jetzt deine ersten offiziellen Ausführungen dazu höre, wünsche ich mir, ich würde einfach wieder Schach spielen, wie mit meinem Großvater damals. Weil das erscheint mir so in seiner Komplexität immer noch irgendwie einfacher zu sein als TFT. Jetzt kann ich aber auch so langsam nachvollziehen, warum man das auf einem anderen Level spielt. Also wenn wir uns das jetzt mal angucken, klar gibt es super viele TFT-Streamer. Es gibt aber auch die ESL-Meisterschaft, es gibt die Europameisterschaft und es gibt die Weltmeisterschaft im TFT. Und die hast du gecastet, durch die Bank weg, haben wir uns vorher schon drüber unterhalten, dass du irgendwie alles gecastet hast, was quasi auf dem deutschen Markt an Produktionen war, das heißt für Summoners Inn. Was mein, also wie würdest du diesen Level-Unterschied beschreiben zu einem Casual, also wir gehen jetzt mal bitte nicht von mir aus, weil das ist einfach echt gar keine gute Ausgangslage, aber von so einem Casual-TFT-Spieler, Spielerinnen zum Beispiel, vielleicht erst mal nur Europaniveau. Okay, Europaniveau und Wolz, selbst da ist eine Kluft, so blöd das jetzt auch klingt. Deswegen, ich würde jetzt sogar genau von den jetzigen Europameisterschaften gerne mal mitteilen, weil es haben auch sehr viele bekannte Nasensage, haben wir ganz lieb mitgemacht, unter anderem Solo-Gesang, ich glaube, kennen auch die meisten jetzt mit der Runde. Salvi, jemand aber auch, der mit vertreten hat, unter anderem der bereits, da gibt es noch Golden Spatula Cup und es gibt unfassbar viel, was es gibt, der aber auch da schon gewonnen hat und jetzt die Europameisterschaften aufgrund der eigenen Turniere, die sie gewonnen haben und, und, und dabei sind. Er ist auch bei der deutschen Meisterschaft mit dabei. Ist ja noch nicht Gewinner gewesen, aber immer oben mit dabei. Und bei den Europameisterschaften, obwohl er alles mögliche gewinnt rundum, hat man gesehen, bei den Europameisterschaften hat es nur in Anführungszeichen gerade so für Platz 6 gereicht, um sich noch vielleicht zu qualifizieren für die Weltmeisterschaften, aber auch dann gehörig nicht geklappt hat. Der Unterschied ist, je höher wir kommen in diesem Profibereich, von deutscher Szene auf Europaebene, jeder Fehler, und da wir haben, wie man sich ja denken kann, 20, 30 Runden, die man jeder Entscheidung abnehmen muss, ein Fehler, egal in irgendeiner Runde, die nicht zur Komposition passt, ein falsches Item, selbst wenn die Einheit einfällt, zu weit nach links steht, also falsch, entscheidet er schon über Sieg und Niederlage. Und das klingt wirklich schon sehr, sehr heavy, aber das sind natürlich die Profis, da kann man auf League of Legends schauen, falsch geflasht, nicht über die Wand, sondern gegen die Wand, bumm, hat sich's erledigt. Und das kann alles, kann alles am Spiel drehen. Und das ist in TFT tatsächlich auch so. Und bei den Europameisterschaften, wenn man die dagegen nimmt, war da schon zu sehen, dass vielleicht mit Glück noch ein Mini-Fehler auszugleichen war, aber auch da teilweise, wenn man das Pech in Anführungszeichen hatte, dass man die Einheit nicht auf Stufe 2 gekriegt hat. Sie hat alle Gegenstände, das Beste der Besten, alles passt. Aber diese Einheit, die eigentlich den Schaden bringen soll, kommt nicht hoch oder es wird nichts, dann war's das. Also es muss alles perfekt laufen. Wenn ich jetzt schon allein nur die Europameisterschaft sehe und ich glaube, da kann man schon beim Augenzwinkern sagen, die Weltmeisterschaften, sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist, also ich hab ja auch so wieder ein bisschen perfektionistisch veranlagt, bin ich ehrlich. Aber das war verrückt. Das waren Profis auf einer Ebene, wo ich denke, wow. Was würdest du sagen, mach so den Hauptunterschied zu, so, so, ich, ah, jetzt, es klingt, es ist halt schwierig mit mir, zu den Standard-E-Sport-Profis bei League. Also würdest du sagen, da ist nochmal knowledge-wise ein Unterschied? Weil eigentlich, okay, ich merke es selber, eigentlich kannst du sie nicht vergleichen. Würde ich sogar einhaken. Das ist sogar an sich ganz gut, weil man denkt ja immer, und damit müssen wir ja auch ein bisschen aufräumen, man denkt immer, kann man ja nicht vergleichen unten. Teilweise sind die Matches ja sogar länger in TFT als in League of Legends, wenn man jetzt, ich sag mal, 30 Minuten werfe ich mal im Raum, da weiß man schon, ja, alles klar, gewonnen in League of Legends. Das ist in TFT teilweise nicht der Fall. Da gehst du Richtung 35, 40 Minuten im Schnitt. Also normalerweise, wenn man jetzt oben mit dabei ist, sag ich mal so, wenn du als Achter rausgehst von Acht, ja gut, dann ist früher Ende. Aber du musst dauerhaft viel konzentrierter sein. Du hast dein eigenes Sport, deine eigene Optimierung, dein eigenes Glück. Und ich sag auch mal, die Wahrscheinlichkeitsrechnung ist noch heftiger als in League of Legends. Lol, denkst du nach, okay, wo ist der Jungler? Wahrscheinlich da. Ja, er ist ein Nunu, er wird wahrscheinlich von da kommen. Und wahrscheinlich ein TFT. Musst du hoffen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich jetzt all mein Gold investiere, gehe ich pleite und werde verlieren, die Wahrscheinlichkeit gegeben zu rollen. Dann musst du alle anderen sieben Bots abscannen. Hat dort einer diese Einheit schon? Wird der vielleicht bauen? Hat der das Gleiche fort? Du musst dein eigenes Board, also scannen, hoch 10, perfektionieren. Während du aber siehst, da kommt Profi XY, der macht im Grunde das Gleiche oder er läuft Gefahr. Er ist schnell am Level hochgekommen, kommt also er an diese wichtigen Einheiten ran und nimmt sie in Anführungszeichen weg, weil er das auch braucht. Da musst du wieder dein gesamtes Board umstellen. Die gesamte Taktik musst du aber wissen und all deine Einheiten, welches Level, welche Gegenstände, ob das funktioniert. Ich gebe nur ein kleines Beispiel auf von Set 7, 5. Das sind die Dragonlands, die Drachen. Es gab Sets, wo man, ich sag mal, acht, neun Einheiten, wenn man soweit kam, gebaut hat. Und der hat das Item, der hat das Item. Also komplett anders. Und da gab es wirklich diese Verrückten, die dann, wenn sie Level 9 waren, das ganze Gold investiert haben. Level 9 ist das Höchste. Mit auch diesen Augments, die wir noch gar nicht erwähnt haben, kommen gleich auch noch dazu. Oha, oha. Also wirklich als Anpassung. Und dann haben die das ganze Board, ich sag's mal, verkauft, weil sie Level 9 waren und haben dann die höchste Chance, die legendären, die großen Einheiten zu kriegen, dass hier die Drachen waren. Und natürlich sind die ja auch stark im Zusammenhalt. Das heißt, die haben ihr gesamtes Board verkauft. All in, sagt man so schön im Poker. Und haben sich dann auf die Drachen fokussiert. Jedes Gold in diesen Rolf gesteckt, dass sie wieder einen Drachen finden, den aufleveln, wo du denkst, sind die denn lebensmüde? Das ist, als wenn du League of Legends Beispiel fünfmal Faker aufs Feld stellst und sagst, ich probier's mal, ach komm, ich setz den Kings' Blader mal einfach rein zu fünf. Du denkst, also mal überspitzt. Ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Einen anderen Profi, wo du aber gar nicht weißt, funktioniert das? Das ist eine riskante Taktik gewesen. Und wie gesagt, diese Wahrscheinlichkeitsrechnung, ist das möglich? Ist das überhaupt richtig? Hat ein anderer zum Beispiel die Gegen-Counterpart gegen diese Drachen? Wird er mich dann wegmachen? Also, wie gesagt, das ist pure Eskalation und ich finde mit League of Legends, die sind teilweise noch viel döller unter Strom, weil in League of Legends, ist doch immer tot, bist du mal kurz am Durchatmen, ach zum Drachen, du hast Wege. Im TFT musst du wirklich als Oberprofi ständig gucken, was macht dein Gegner, was machst du, hast du Glück, welche Taktik, also ich finde, die haben sogar noch mehr Belastung im Endeffekt als tatsächlich League of Legends Spieler. Ich lasse das jetzt hier mal so kurz mit der Pause stehen. Wenn du dann Community-Nachrichten bekommst, könnt ihr das gerne außerhalb dieses Podcasts ausdiskutieren, wie Hardcore League of Legends Spieler diese Meinung sehen. Aber ich sehe das komplett und ich muss tatsächlich, also jetzt wird mir auch langsam klarer, was du quasi meinst mit Schach, weil am Ende des Tages spielt, also man kann casual Schach spielen, klar kann man machen, glaube ich, habe ich als Kind mit meinem Großvater auch gemacht, aber am Ende des Tages, glaube ich, auch bei Schach-Weltmeisterschaft musst du genau das, du musst in deinem Kopf durchrechnen, welche Optionen gibt es, welche Züge sind möglich, beim Schach beginnt das ja schon mit, wie eröffnest du überhaupt und jetzt kann ich es langsam nachvollziehen, was du damit meinst tatsächlich. Eine Frage, du hast jetzt vor Drachen geredet und ich bin absolut nicht in TFT drin und habe auch noch nie so ganz verstanden, wie quasi diese Sets aufgebaut sind, und habe aber gemerkt, dass quasi immer irgendwie so eine Art Spezialisierung drin ist in so einem Set, wenn es dann quasi nach drei Monaten neu gemacht wird. Kannst du das einmal erklären für Leute wie mich, bitte? Ja, also du meinst, warum es sie gibt oder wie das steil wird, meinst du jetzt in dem Sinn? Ja, also ich war ein bisschen irritiert, gerade als du meintest, da kommen auf einmal Drachen und ich war so, ja, Entschuldigung. Aber wieso Drachen? Das sind doch Champions, was? Tatsächlich, da wird sich für jedes Set und da muss ich sagen, Hut ab, und da kann sich League of Legends eine Scheibe abschneiden, ich sag mal wirklich, komplett mit allen Regeln gebrochen und übertrieben. Also, genau, das Drachenset, also Set 7, hieß Dragonlands. Da wurde man schon mal in Richtung Drachen so auf, da soll es, die Drachen sollen dann auch die Kings sein, deswegen am Schluss die Stärksten. Jedes Set hat immer so sein Theme, seine eigene, ja, Statement kann man eigentlich schon sagen, denn wir kommen jetzt von Drachen, das heißt, wenn du noch demnächst Set 8, die du anschaust, du wirst denken, was ist denn hier los? Das ist komplett bunt. Warum? Wir haben dort Psy-Op-Skins. Wir haben also alles, was irgendwie Cosmic Psy-Ops, alle eskalieren, es wird komplett das Theme genommen, es ist bunt, es ist Farbe, es hat nichts mehr mit den süßen Drachen, in Anführungszeichen, zu tun. Jedes Set wird komplett die Welt umgeräumt, wie ich sag, die Champions haben einfach irgendeine ihre Fähigkeiten, W, Q, E, whatever, die ganzen Boards, teilweise die Gegenstände, die Figuren, die man wählen kann, die Brette, auf denen man spielt, kann man natürlich sich auch kosmetisch ausrufen, wenn man wollen würde, du kannst alles eskalieren und anpassen, also deswegen nicht abschrecken lassen, wenn man aber komplett was anderes sieht. Es ist halt einfach ein Statement, also wirklich massive Veränderungen und das Gute alle drei, vier Monate, sag ich jetzt mal. Deswegen kann man sich das vorstellen, es gab Drachen, davor, ich sag jetzt mal, nicht so viel Krasses, dann gab es eher so, wie so ein Kämpfer-Set, sag ich jetzt mal. Da wusste man schon, ah ja, der braucht die Kämpfer, alles klar, jetzt waren es die Drachen, ein bisschen, und jetzt geht's, gut, das kristallisiert sich heraus, das Set ist ja frisch am Start, sag ich mal salopp, kristallisiert sich aber heraus, dass man wirklich, ja, so ein bisschen Varianzen mit reinmigt, dass man einfach mal wirklich einen Hardcore-Test macht, wie weit können wir gehen, weil das ist wirklich sehr bunt geworden. Wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, okay, TFT klingt für mich nach einer Challenge, die will ich eingehen. Hast du einen Tipp für die Personen, was man so am Anfang beachten sollte, weil wir sind uns einig, dass das, was wir quasi jetzt in den letzten 25 Minuten besprochen haben, kannst du nicht ad hoc lernen. Das funktioniert nicht. Was sind so deine Einsteigertipps, die du jemandem mitgeben würdest, der jetzt sagt, okay, ich will unbedingt TFT spielen? Also wirklich die einfachste Taktik, also generell, wo ich sagen würde, wenn ihr anfangt, kennt euch halbwegs mit LOL aus die Champions, dass ihr wisst, ach, das ist ja ein Tank oder der hält ja vielleicht was aus, so wird's auch in TFT übernommen. Macht wirklich vorne stumpf eine Frontlinie und hinten jemanden, der einfach nur Schaden reinwirft. So stumpf das auch klingt, das sind die ersten Runden, die man macht und dann merkt man, ah, guck mal, das meint der mit dem Gold, und dann merkt man ja auch, okay, warte mal, der sollte eigentlich viel aushalten, tut er nicht, ich mach mal was anderes. Man probiert in TFT ultra viel rum, macht euch eine Frontlinie, hinten jemand, der Schaden macht, ganz stumpf und schon wird man in die ersten Runden reinkommen. Okay, das heißt irgendwie, also das, korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege, aber in gewisser Weise musst du die League Champions kennen, oder? Also wenn zum Beispiel jetzt jemand kommt, der absolut, was weiß ich, zum Beispiel irgendwelche anderen Games gespielt hat von Valoran kommt zum Beispiel und sagt, ich brauche irgendwas entspannteres, hat der einen Nachteil, wenn er quasi noch nie League of Legends geöffnet hat und quasi, was weiß ich, einen Swain das erste Mal sieht? Oder ist das was, was man sich quasi auch rein über TFT anlesen kann? Kann man sich auch Probleme über TFT tatsächlich anlesen? Es ist ein zeitlicher Nachteil, kann man vielleicht sagen, aber sonst, ein Rechtsklick auf die Einheit, die auf dem Feld steht, man sieht, wie überall Statistiken seines Charakters, das ist auch sofort dann die Ultimate, dass man nur drüber gehen muss, und man sieht wirklich in League of Legends Manier prozentual alle Berechnungen, was macht es, wie oft, mit wem und ja. Okay, gut, das ist für mich ein bisschen beruhigend, vielleicht starte ich TFT dann doch mal wieder öfter. Wir haben Community-Fragen und deswegen wird es Zeit für den tollsten Jingle der Welt, nämlich für den für Poppys Popquiz. Poppys Popquiz. Wie immer hattet ihr die Möglichkeit, Fragen an Kingsplay, den TFT-Experten, zu stellen und ihr habt Fragen gestellt und zwar Erik Love The Life fragt über Instagram, was ist deine Elo in TFT? Das ist das größte Geheimnis der Welt. Ich antworte da ganz lieb Gold und ironischerweise, ich habe keinen Ranked gespielt in all diesen Casts, Worlds, Emeas, jetzt alles. Da fragt euch warum. Für die Cast habe ich die Taktiken getestet im Normal. Ich habe den kompletten Pass durch. Nur in Normals, ohne gerankt zu haben, weil ich probieren wollte und deswegen bin ich aktuell leider nur Gold und das glaube ich, lasse ich auch so einfach. Willst du nicht auf die Profi-Ebene? Tatsächlich, ich wurde schon so oft angehauen, Mensch, klingen Sie, du kannst es doch, du weißt es doch, mach doch, aber das, da muss ich sagen, ich sage mal so, ihr seht mich in Master, aber ihr seht mich dann nicht casten wegen der Zeit und Das passt tatsächlich sogar zur nächsten Frage und zwar Michelle Frenzel fragt, machst du gerade deinen Traumberuf oder wolltest du schon immer etwas anderes werden oder sein? Oh, ich habe mir in diesem Jahr meinen Traum verwirklicht, kann man sagen, arbeitstechnisch im Beruf auf 20 Stunden runtergegangen. Ich habe sonst all die Jahre, die ihr mich vielleicht auch schon gesehen habt, alles rund um den Cast immer zusätzlich gehabt und seit diesem Jahr endlich auch rund um Moderation und nebenbei einigen Sachen wirklich voll, also viel mehr Fokus drauf, ja. Sehr gut. Und das gilt wahrscheinlich auch für nächstes Jahr, oder? Wir sehen dich nächstes Jahr bei Summoners in TFD-Produktion, hoffentlich wieder vor der Kamera. Hallo an die Produzenten, aber ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sakido World fragt, warum bist du so ein Süßi? Ich weiß nicht, irgendwie, Mama, ich frag mal, nein, irgendwie hat sie das gut hingekriegt mit meinem Papa, das ist sehr lieb, Dankeschön. Ich glaube, es war auch ein bisschen auf deinen Charakter bezogen. Ich, okay, gut, wenn Charakter gemeint, ich muss sagen, ich bin ein Mensch geblieben, ich versuche ein Mensch zu sein, ich habe auch meine Mackenunfehler, ja, ich versuche aber immer realistisch zu sehen und ich denke, das ist mein Problem, viel zu viel nach. Ich denke, wie bewirkt etwas beim Cast, wenn ich das so sage? Die deutsche Sprache mag durchaus hart klingen und auch gleichzeitig meine Stimme, die ja mit Volumen dabei ist, die ich sehr, sehr viel trainiere über all die Jahre. Wenn ich nur mal lauter werde, weiß ich, dass das eher böse klingt, die klingt eher, als wenn ich angreife. Das heißt, als Play-by-Play-Caster muss ich meine Stimme immer verstellen. Dann rede ich ja höher, so wie jetzt, dann ist dieses Tiefe ein bisschen weg und bam, da geht er rein und dann komme ich aber wieder zurück, weil ich weiß, das andere ist nicht gut. Und ich denke zu viel nach und auch, du wunderst dich wahrscheinlich auch, warum macht er sich da überhaupt einen Kopf? Und genau so geht es mir im Leben. Also ich bin absolut bei dir. Also ich kann das voll nachvollziehen. Ich denke tatsächlich auch viel zu viel nach. Deswegen kann ich das absolut relaten, dass du das machst. Glaubst du, dass TFT eine gute Ablenkung für Leute wäre, die zu viel über Dinge nachdenken, weil sie quasi dann ihre Energie in die Taktiken von TFT stecken? Tatsächlich ja, ist auch einer der Punkte, wie ich angefangen habe vor vielen Sets. Es ist zu all der hektischen Welt, zu allem hektischen, zu, wie du sagst, Valorant, Crew, allem, auch League of Legends, ein hervorragender Ausgleich. Rein für Anfänger, es ist endlich was anderes und etwas aus dem Universum. Wenn man möchte, es ist wie alles auf der Welt, wenn man möchte, kann man eskalieren und weitergehen. Ja, das findet man dann für sich. Zum Entspannen ist es gut. Warum? Man hat immer kleine Pausen. Macht euch ein Video nebenbei an und unterhaltet euch mit Freunden und es kommt von ganz alleine und diese Entspannung hat mir auch so kein anderes Spiel gegeben als jetzt TFT. Gut, ich meine, dein Vorteil ist, du spielst nicht Weltmeisterschaft. Ich glaube, da hat das wenig mit der Entspannung zu tun, wenn wir uns mal angucken, worüber wir so gesprochen haben. Aber ja, das Gefühl hatte ich tatsächlich für mich persönlich auch, dass es einfach ruhiger ist als ein League of Legends, wenn auch nicht weniger taktisch, wie ich heute festgestellt habe, aber trotzdem eine relativ gute Option. Eigentlich will ich nicht abmoderieren. Weißt du, warum ich das nicht will? Na. Weil es die letzte Folge dieser Staffel ist. Damit, es ist quasi die allererste Staffel Summoners in All Chat, die jetzt mit meiner Abmoderation ein Ende findet und deswegen zwinge ich das gerade so weit wirklich raus, weil auch quasi für euch als Community jetzt erstmal eine Pause sein wird bis zum nächsten Jahr und wir gucken, was wir mit dem Podcast machen, wie wir ihn umstrukturieren. Das heißt, stay tuned für eine Staffel 2 und ich freue mich. Ich freue mich über diese Folge. Ich freue mich über die gesamte erste Staffel, die ich machen durfte, mit Sola, dem Dalai Lama des League of Legends bis heute zu diesem wunderbaren Schnitt und ich meine, wir haben ja nur ganz kurz TFT angeschnitten, aber wir haben es gemacht und das freut mich super, super, super doll, weil ich weiß nicht, es ist eben einfach auch Summoners in Community und ich freue mich, dass wir heute noch diesen kleinen Schwester-Bruder-Teil von League of Legends anschneiden konnten und damit hoffentlich einen anderen Teil in unserer Community nochmal abgeholt haben, die vielleicht nicht ganz so in ihrer E-Sport-Bubble stecken, wie wir es tun und ich glaube, mir bleibt nicht viel zu sagen, außer danke, dass du diese zehnte Folge mit mir gemacht hast und dass nicht nur ich, sondern wahrscheinlich auch die Community jetzt ein bisschen mehr Klarheit haben, wenn sie den TFT-Client aufmachen, also das hoffe ich und das wünsche ich mir zumindest, dass es den Leuten so geht und ansonsten würde ich die letzten Worte tatsächlich an dich abgeben. Man merkt, dass es dir leicht schwerfällt, aber verständlich, es ist ja nur wirklich lange mit dabei, deswegen kann ich auch nur sagen, zum Abschluss, irgendwie mache ich immer die Tür zu, das ist komisch, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, genau ein wichtiger Punkt, auch die Community von TFT, ein Goldkind hoch 10, die Menschen nicht kennenlernen durfte, super duper, auch deswegen vielleicht spielt TFT, denn insgesamt die Community ist ein Traum, was das betrifft, ein Traum, dass ich dabei sein durfte, ein Traum, dass du das auch all die Zeit mitgemacht hast und ich bedanke mich einfach noch vom Herzen und ich glaube, nächstes Jahr wird dann auch wieder richtig geil. und damit bis nächstes Jahr. – Untertitelung des ZDF, 2020